Grüezi, ich heisse Alfredo Heberli und bin Dekorator von Atelier Pfister. Treu unserem Motto «Neues Schweizer Design» seit über 10 Jahren, ist auch diese Kollektion geprägt von innovativen, nachhaltigen Ideen von Schweizer Designerinnen und Designern. Leila Scherer erweitert mit der Vorhang-Kappel ihre Wohntextil-Kollektion. Sie greift dazu nach Klebstreifen und entwirft somit der Hand geometrische und gleichzeitig organische Muster. Die gleiche Designidee ist auch auf den Teppich-Säven adaptiert worden. Jörg Borner hat die Leuchtenfamilie Lawin neu aufgelegt. Die Kegelform vom Lampenschirm zeichnet den Weg vom Licht vor. Der Kegel ist bei den Hängeleuchten oben abgeschlossen und so entsteht ein intimer und heimeliger Lichtausfall. Am Tissweber, seinem beliebten Bestelltisch Sengi, ist neu wetterfest erhältlich und kann so auch draussen multifunktional eingesetzt werden. Die Vase Roche von Dimitri Bähler zeichnet sich durch die spezielle Oberfläche aus und es gibt sie in drei Farben und Grösse. Der Frederik Döderle ergänzt die Zürpier-Familie mit einem kleinen Bruder und der wirkt durch die Lederpolsterung elegant und sexy. Atelier Pfister-Kollektion 2021 Neues Schweizer Design, wo bleibt?